Wenn ich gesagt habe, nie wieder Krieg, dann meine ich das, dass wir schon sehr oft gespielt haben in Kosovo, Afghanistan und immer wieder, wenn wir einen Song gesungen haben, den viele Leute bereits vergessen haben, dann kriegen die Jungs, die Soldaten, Tränen in die Augen und auch ich selbst auch. Das ist einer der besten Antikriegssongs, die ich je gehört habe. Wir spielen das heute mal in der Version, wie es Johnny Cash gespielt hätte. Der Song kommt von Pete Seeger. Marlene Dietrich hat ihn gesungen und jetzt von uns. Ich hoffe, euch geht's. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, die Menschen könnten sie gestehen. Wann wird man hier verständigt? Wann wird man hier verständigt? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, so wie Vorgang wird nie verständigt? Wann wird man hier verständigt? Wann wird man hier verständigt? Wann wird man hier verständigt? Musik Musik Ich kann das gar nicht mehr verstehen, dass wir in so modernem Alter, wie wir es jetzt haben, uns noch bekämpfen mit Kanonen und Giftgasen. Was sind das für Arschlöcher, die nicht gelernt haben zu diskutieren um den Frieden in dieser Welt? Egal, ob wir Westdeutsche sind, Westeuropäer, International. Egal, ob wir Westdeutsch nicht mehr lieben. Egal, ob wir Westdeutsche sind, blond hauslich drin, Egal, ob wir Westdeutsche sind, Man glaubt, man geht, wir verstehen Das war das Wachstum, der Wachstum Belgehebt und Stoß Where we all enden, wie wir sie Es gibt die Welt